Bitcoin-Dominanz auf 3-Jahres-Hoch. Damit gibt Bitcoin am Markt die Richtung vor. Die Kryptoleitwährung bindet mehr Kapital als Ethereum, Solana und Co. zusammen. Die Bitcoin-Dominanz liegt bei 58%, der höchste Wert seit April 2021. Nach dem FTX-Kollaps lag sie noch bei 40%. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes beträgt 2 Billionen US-Dollar, BTC wird auf 1,16 Billionen US-Dollar bewertet. Ein solcher Wochenschluss löste in der Vergangenheit schon einen Aufwärtstrend der Bitcoin-Dominanz auf bis zu 71% aus. Die Bitcoin-Dominanz beschreibt den prozentualen Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung des Kryptomarktes. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.